JWT ist eine Markenagentur, eine Leadagentur, die älteste Agentur der Welt, mit 150 Jahren dieses Jahr, 61 Jahre hier in Deutschland und wir machen Werbung. Ich betreue die künstlerische Leitung von Kampagnen, das heißt, ich layoute zum Beispiel Printanzeigen, aber ich gestalte auch das Look and Feel von TV und Internet, Multimedia und alles, was in irgendeiner Form eine künstlerische Ausarbeitung benötigt. Ich gucke mir nicht nur Werbung an, ich gucke Filme, ich lese, ich bin Comic-Fan, all diese Sachen fließen dann irgendwo auch wieder in meine kreative Arbeit ein. Die Kooperation mit EC Europa Campus freut uns besonders, weil hier Studenten marktgerecht und sehr individuell ausgebildet werden und das schätzen wir natürlich auch, wenn wir auf der Suche nach Praktikanten für unsere Agentur sind. Mitbringen sollte man auf jeden Fall Kreativität. Ganz wichtig, dass sich selbst gut verkaufen können. Findet heraus, was eure Schwächen und was eure Stärken sind. Vor allem an den Schwächen könnt ihr herausfinden, was ihr noch trainieren solltet und es ist ganz wichtig, die Stärken auch immer weiter zu verfeinern, weil ihr damit dann wirklich ein produktives Mitglied in einer Agentur werdet. laughs an Bis zum nächsten Mal.